hallo ganz schlecht jetzt geht es besser hallo ja jetzt 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 kann ich dich hören ja haben wir ja du wolltest die scherter sagen richtig perfekt super ja genau genau ja ich sag was hast du gesagt ich hab dich gar nicht verstanden mit mir als zeugen ach so ach so ok danke 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 super ok soll ich das noch mal vorsagen oder willst du das alleine versuchen okay okay dann sagt das jetzt noch mal alleine ich habe das ist eine erfreuliche erfreuliche nachricht da werden sich bestimmt jetzt alle zeugen hier darüber freuen guck mal ich schicke dir gleich auch noch einen link da bekommst du inshallah was schreibt dir einfach an dann bekommst du auch von uns etwas schriftliches zugesandt also eine bestätigung dass den islam angenommen hast ja und wie und ja bei dir war das ein langer weg gewesen zum islam oder was hat dich im endeffekt überzeugt was hat dich dazu gebracht dich damit zu beschäftigen bei mir war es so dass auf der arbeit habe ich mitarbeiter gehabt die haben gebetet und so und ich habe immer so mich dafür dann langsam interessiert ich habe mich gefragt warum wie wo was und bei mir war es immer so meine familie ist leider sehr gegen den islam sehr stark ja vor allem mein papa er verflucht diese religion fast und das war für mich immer ganz schlimm und ich habe meine mama ganz früh verloren meine großeltern die haben sich alle drei so das leben genommen und irgendwie habe ich dann den begonnen den koran zu lesen und ich habe wie ganz viele antworten gefunden und auf einmal habe ich so wirklich was gespürt weil ich habe früher habe ich gelesen und ich habe gedacht ja macht ihn aber also für mich persönlich dann klar war habe ich wirklich antworten gefunden und ich habe richtig gespürt jetzt ist der tag und jetzt ich habe die scheherter dann auch für mich ja klar klar natürlich haben du da super also man kann sagen bei dir also durch mitarbeiter hast du dich mehr interessiert und dann durch den koran bist du sozusagen überzeugt worden und hast du dir auch noch videos oder so angeguckt vorher bevor du islam angenommen hast du hast ja gerade gesagt dass du dich ja schon wahrscheinlich mit dem video was ich da gemacht habe gehe ich mal von aus weil ich habe ok ich habe sehr viele videos angeschaut ich bin aber auch jetzt schön ganz viele suchen und so kann ich schon und ich hab Jiza am lernen ich habe sein büchlein sprechen jeden tag super selber das allein sagt die also da ich hab auch nicht sowieso allen mit meinem augen kennen kennen zu haben auch super super mit jedem tele・ hausten japan koll complet- perfekt ich konnte auch ich konnte auch ich glaze ich konnte auch also diesen serve Leslie noch mal bekomme ich schon 30 uhr auswendig also die fetiha wal asa und kurhu allah hat wie alt bist du wenn ich fragen darf 25 25 super ich war 22 ja super auf jeden fall super freude wie gesagt ich schicke das und wenn du irgendwelche fragen hast kannst du mich natürlich immer gerne hier kontaktieren du heißt auch vogel mit nachnamen richtig cool hammer hat ja super vielleicht sind ja über 30 ecken oder so verwandte kann ja sein aber ich weiß nichts davon ja super perfekt hat mich riesig gefreut und wie gesagt falls irgendwelche fragen oder sowas kannst du dir auch gerne hier versuchen zu stellen wenn ich dann zeit habe leider ist es manchmal so dass man ein bisschen wenig zeit haben so weggeknallt wird mit fragen und so weiter die leute stellen aber ich versuche mein bestes zu geben inshallah okay schreibt die einfach an ich weiß gar nicht wie die das machen ich glaube die schicken das sogar per post zu ich weiß obwohl mit per post macht ja heute keiner mehr die werden dir das auf jeden fall alles erklären okay genau genau okay alles klar ich wünsche dir was ne bis dann vielen dank salam alaikum ciao alaikum salam vielen Dank